Ja, mach alles weg, was da ist. Findest. Da steht ja so rum und muss ja nicht rumstehen. Oh, komm, Einheiten. Ach, die laufen an mir vorbei, das ist ja auch lieb. Hallo, Leute, hier. Ich bin auch noch ein Gegner von euch. Okay, dann rennt mal zu Teft. Hä? Kommt mir niemals hier an. Aber ich find's lustig, wie sie einfach an mir vorbeilaufen. Du stellst ja auch nicht die größte Gefahr hier dar. Ach, meinst du? Naja, punktemäßig ist doch alles... Keine Ahnung, wie es punktemäßig aussieht. 17.000 zu 9.000 zu... Also 9.000 zu 9.000 zu 600. Also, ja. Ach, jetzt werden Punkte angezeigt. Wollen wir uns umstellen, Jun. Vögel, hör ich. Ja, hab ich auch gerade gehört. Ein... Wiii, wiii. War doch ein authentisches Vogelgeräusch, oder? Ja. 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 So, äh, was macht der denn da oben? Kollege, hier, komm. Kann er sich aber knicken. So, wie sind wir eigentlich voll? Nee, immer noch nicht. Boah, wenn wir mal wieder Nachschub produzieren lassen. Noch ist Gold ja da und Holz. Ich bräuchte vielleicht mal mehr Holz. Denk dann, du musst ein Stück weiter unten jetzt auch verteidigen. Hm. Nein, wir müssen mal hier auf Nahrung. Ist das meine? Ja. Wir müssen mal auf Nahrung umsatteln. Welche Holz-Bauarbeiter hab ich denn eigentlich? Zwei Holzfäller. Na ja. Zwei Tribogen. Woden. Jai. Und ne Kanone. Steht. Kommt. Weg. Jetzt hau doch mal ab hier. Okay, okay. Nee, du bleibst da und machst die Kanone bitte mal weg. Ich will. Warte. Irgendwo aus dem Dunkeln schießt sie. Na, toll. Ich muss ja erst mal schießen, damit ich sie sehe. Wie oft kann denn der Doofbohne ausweichen? Ne, alles. Ah, da ist er. Pass auf, jetzt schießen, schießen sie und gehen bestimmt mindestens 50% down. Komm, jetzt. Mach nochmal einen Schuss und dann ist er weg. Ne, weg, 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 weg. Oh, ne, weg, 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 weg. How back to the thing. 6 und dann, wichtig zu Schläge brauchen eine Einheiten dafür. Meint's? Ja, 10 pro Schlag. Ah. Nur 10, die anderen sind 15. Nee, 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 18. Ja, ich will an. 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 So. Nu. Ah, da kommt eine neue Doofbohrk. Wo? Hier bei mir. Für dich. Ja. Ab nochmal um 1 erhöht. Ah. Bei den Doofbohrk kann man eigentlich nie genug haben. Achtung, da kommt wieder ein Doofbewohner, zwei sogar. Wie ein Strahlflogen sieht er. Rung. Du könntest zu einem Groschen, wo ein Dings Fall werden. Aber so richtig treffen tust du nicht. Ne, die können gut ausfälschen. So, du musst mich jetzt stark verteidigen hier unten. Na ja, bin dabei. Jetzt sind wir ja voll besetzt. Mange? Mange? Wo? Da. Ah, die ist doll weg. Drei, zwei... Puh, die hält ja gar nichts aus. Nee. Wow, wow, wow. Was hat jetzt geschossen? Die hat sich die Kanone. Da schießen zwei Kanonen. Zwei Kanonen, aber die schießen auf mich. Ja, das ist gut. Du kannst ja wenigstens ausweichen. Wo ist die andere? Hältst du schon tot? Die andere musst du wechseln. Ja, das könnte ich ja mal erledigen. Ja, könntest du machen. Wäre gar nicht schlecht. Aber wir machen erst mal hier Buchen. Wie, da schießt's schon auf mich? Ja. Das ist eine Zwölfer Reichweite. Eine Zehner Reichweite hat er. Ja. So, weg ist er. Toll, den hätt ich ja vor uns auch noch machen können. Hm. Das hab ich ja gesagt. Warum du genau da ablässt, wo du noch zwölf hast? Naja, weil ich wollte nicht noch mehr Einheiten verlieren. Ja, aber da hätt's ja wenigstens in Innen noch liegen lassen können. Naja, ist er jetzt auch. Jetzt ist er ja weg. So, Burg müsste dann auch weg sein. Ja. Ja. So, den nächsten müssten ja schon hier stehen, ja. So, den hauen wir noch. Ach, das läuft doch. Mh, relativ. Für unten ist noch ein Turm. Ja, hab ich gesehen. Komme ich aber gerade noch nicht ran. Ja, dann bau ab und auf und an und an. Ja, du mal noch hier, dote, den Rest. Den Marktplatz mache ich dann. Äh. Mal sehen, wie weit ich noch komme. So, da bauen sie sich auf. Wunderbar. Ja, wer hat sich angegriffen. Oh, denn Reiter können doch auch schon hier die ganzen... Ne, die Reiter verteidigen gerade von oben hier. Hier kommen nämlich ständig berittene Bogenfüße. Von oben, das ist doch egal, dann mache ich doch mit. Ah, cool, äh, der Turm ist weg. Marktplatz auch, da können wir ja ein Stück weiter rüber gehen. Wir müssen erst mal kurz warten, dass ich hier alles wieder sammeln kann. Nei. Man hat wieder voll getroffen. Hm. Mit dem Ausweichen, das üben wir noch mal. Ne. Kannst du nicht ausweichen, weil einer läuft immer wieder da rein. Meinst du. Ja. Ja. So, sehr schön. Oh. Achtung. Achtung. Ich kann dir nichts weiter finden als dummes Gold. Missionar. Kein Wunder, dass ihr siegreich wart. Ich werde. Missionar. Ja. Ich muss mal kurz was schreiben. Ach ne, da sehe ich das ja noch. Missionar. Ich bin doch tot. Ja. Und wo ist Schaddi gespürt? Ach, von dort hin? Ah, sehr gut. So, können weiter. Wir wollen. Trieburg. Boah, da. Missionare haben mich bekehrt. Guck mal. Mehrere Missionare, die mich bekehren. Ja, ich bin doch gleich da. Bogen, äh, hier. Sperrträger von oben. Ja, die. Von hinten. Wenn wir die Kirchen wegmachen, sonst haben wir nämlich gleich wieder das Problem, das hier. Ständig uns, die Missionare, am Rock zu bringen. Ja, ja.